Was ist ein Wasserstoffbooster? Ein Wasserstoffbooster ist ein Wasserstoffgaswassergenerator, der mobil mit Akkubetrieb durch Elektrolyse Wasserstoffwasser produziert. Wasserstoffwasser ist so wie Kohlendioxidwasser, also Sprudelwasser mit einem Gas, jedoch nicht mit CO2, dem Gas des Todes, so säuerlich schmeckend und so recht prickelnd und brennend, sondern es ist mit dem Gas des Lebens, mit Wasserstoff begast worden. Sprich, wir haben anstelle Kohlendioxid, haben wir Wasserstoffgas im Wasser. Wasserstoffgas hat ganz andere Eigenschaften als Kohlendioxidgas und somit ist es eine schlaue Wasserflasche, die auch eigentlich ein Trinkglas ist, sprich, jedes Wasser, was man vorher begasen will, schüttet man in den Wasserstoffgenerator, drückt auf den Knopf und hat dann nach am besten idealerweise 20 Minuten Wasserstoffwasser in höchstem Maße. Und das schmeckt gut, motiviert das Trinken, Kinder werden dabei angeregt, weil es ja doch ein Spielzeug auch ist, weil man ja draufdrücken kann und Lichterchen tauchen auf und Blasen kommen, noch mehr Wasser zu trinken anstelle anderen Getränken. Und da es leckerer schmeckt, trinkt man auch mehr. Und wenn man mehr trinkt, das ist, glaube ich, eine sehr gesunde Sache, würde ich sagen. Das weiß jeder. Warum dieser Wasserstoffbooster-Battle? Wir möchten die ganzen verschiedenen Geräte, die ich mir jetzt mühevoll aus Asien und überall herangeschafft habe in den letzten vier Jahren und getestet habe, jetzt im Nachhinein nachsehen, ob mein Riecher und die ganzen Tests auch wirklich das Ganze wert waren und wirklich die zwei besten oder drei besten Wasserstoffgeneratoren im Sortiment haben. Das machen wir nicht nur für mich, weil ich weiß es ja, das mache ich für das Team und auch natürlich für Sie, damit Sie sich die Mühe ersparen, da irgendwas für 50 bis 100 Euro zu bestellen, wo aber eben kein Wert dahinter ist. Dann können Sie gleich Leitungswasser in ein Glas reinschütten und nichts machen. Ist manchmal sogar besser. Und wir möchten Ihnen sozusagen da Zeit ersparen und Aufwand ersparen und dass Sie dann das Ganze eben zusehen können, wie wir live testen, ohne zu bescheißen, mit irgendwelchen komischen elektronischen Testgeräten, die aber eben Sie gar nicht gesehen haben per Video. Und elektronische Testgeräte gehen halt in diesem Bereich nicht. Das geht nur mit diesen blauen Tropfen. Und deswegen möchten wir Ihnen das sozusagen erleichtern. Wasser ist eben sozusagen das wichtigste Lebensmittel. Und warum soll ich da bitte nicht das höchste Luxuswasser haben, anstelle Sprudelwasser, was brennt und prickelt. Ich meine, das macht wach kurzzeitig, weil es so sehr brennt. Und dann macht es müde, siehe Bier, weil es ja doch ein Gift ist. Kohlendioxid ist ein Gift. Das wollen wir dauernd ausatmen, damit wir uns entsäuern. Sonst würden wir übersäuern. Aber wir haben hier es mit Wasserstoff zu tun. Das gilt laut Studienlage als das Luxusgas schlechthin. Und ich kann Ihnen wirklich versprechen, das schmeckt auch noch am leckersten, am weichesten. Das heißt, jeder, der so ein bisschen Wassersommelierartig schon in den letzten 10, 20 Jahren verschiedene Wassergeräte probiert hat, wird bei diesem Wasser hängen bleiben. Siehe Erfahrungsberichte und Bewertungen bei unseren Produkten selber. Die Kunden schreiben das am meisten, dass es Ihnen super schmeckt. Und deswegen ein Wasserstoffgenerator an erster Stelle. Den Link zu diesem Artikel findet ihr in der Beschreibung. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen einzuschalten. So verpasst ihr keine Folge unseres Aquacentrum Wasserstoff Booster Battles.